hey leute willkommen heute zu einem neuen video und zwar nach über einem monat pause bin ich wieder da also ich bin schon seit einer woche wieder da aber hatte noch war noch unterwegs und so weiter und ja von daher bin ich jetzt zum ersten mal wieder richtig zu hause und kann auch ein video aufnehmen für euch und ja ich habe auch direkt wieder eine veränderung auf meinem kanal denn in letzter zeit habe ich mal so ein bisschen darüber nachgedacht ich meine dieser kanal handelt ja eigentlich nur von minecraft vor allem von minecraft pvp ich meine ich habe jetzt nie projekte gemacht wo ich irgendwie nur was gebaut habe und so weiter und ja also der kanal handelt halt nur um minecraft pvp meistens halt war aus ansonsten mal eine runde es geht zwischendurch so wie immer halt und ja ich weiß auf jeden fall dass es mir seit einigen jahren schon keinen spaß mehr macht also richtigen spaß nach minecraft privat zu spielen und deswegen lässt das game natürlich auch nach wenn ich jetzt im warus spiele das stand nicht so effizient bin zb wie bei empire war wo haben wir mega viele folgen verschwendet weil wir selber zusammen einfach kein minecraft mehr spielen es wäre damals viel schneller gegangen weil wir halt noch aktiv gezockt haben und ja heute ist halt nicht mehr so ich meine es ist glaube ich sogar schon seit ende 2016 habe ich nicht mehr so richtig mein griff gespielt habe ja damals schon den kanal gequittet gehabt habe aber dann gedacht ja okay ich mache noch einmal dieses video war mit und da das so gut lief und ich da viele abonnenten dazubekommen habe ich mir gesagt okay ich mach einfach weiter und ja bis jetzt hat es halt immer noch spaß gemacht ich habe immer noch videos gemacht für youtube was mit was minecraft angehen aber jetzt halt so habe ich wirklich nicht mehr so die motivation irgendwie was aufzunehmen vor allem wenn ich da selber gar keine lust drauf habe und nicht mal für eine aufnahme habe ich dann bock wenn wir noch minecraft aufzunehmen ich meine was bringt es mir wenn ich mich jetzt dazu zwinge und ich kriege ja nicht mal irgendwie abos dazu oder aufrufe oder likes irgendwie so es wird ja eher weniger weil minecraft einfach nicht mehr so beliebt ist wie früher und ich sollte ja schon das machen worauf ich bock habe wenn ich jetzt noch lust drauf hätte hätte ich es weiter gemacht egal ob ich ja nichts dazu bekommen und so weiter ich mache es ja zum spaß aber jetzt macht es mir halt nicht mehr so viel spaß ich meine ich würde minecraft bestimmt zwischendurch mal wieder starten aber aufnehmen halt irgendwie als casual das heißt so nebenbei mal das heißt es gibt viele spiele die zockt man einfach mal so nebenbei aber nicht mehr jeden tag und aktiv das heißt man kann es irgendwie einmal die woche spielen zwei mal die woche oder ein bisschen mehr ein bisschen weniger ihr wisst was ich meine auf jeden fall ist meine für mich so ein game geworden dass ich momentan wirklich sehr selten spiele und ich möchte dem erstmal eine pause geben und mein kanal umstalten in generell spiele also dass ich irgendwie alle spiele was von allem was bringen öfter auf dem kanal stream das heißt ihr werdet öfter mal die nachricht bekommen dass ich also online gehe also live gehe und also gleichzeitig auf twitch und auf youtube und ja dass ich halt nur meine videos fähig in richtung paladins ein bisschen mache fähig pubg ein bisschen hat alle spiele worauf ich bock habe ich werde natürlich keine zwei mal schwer natürlich ein bisschen aufwendige videos machen und so weiter darauf habe ich nämlich übelst lust dass ich nicht so viele videos spamme aber wissen aufwendigere videos mache und so weiter und so fort und das kann ich halt mit den videos die ich in planung habe besser besser verwirklichen als bei minecraft videos und ja ich will auf jeden fall noch das viele bis projekt machen empire waro 3 weiß ich nicht ob es kommt kann ich nicht sicher sagen weil ich habe auch nicht so viel zeit dafür weil momentan ausbildung und so weiter das halt erstmal alles vorgeht und ich habe generell nicht weiß wie viel ich dann immer auf dem kann in zukunft jetzt moment habe ich noch viel zeit aber das würde ich später ändern und ja dann möchte ich auch solche sachen konzentrieren erkannt sich offenbaro projekt irgendwie ja für 27 da sein und ja wir schauen einfach mal wie das in zukunft wird wäre cool auf jeden fall wenn ihr den kanal abonniert lasst ansonsten schaut auf meinem zweitkanal vorbei da wird bestimmt noch mal hin und wieder eine minecraft runde kommen wenn ich bock darauf habe und oder vielleicht hier ich weiß nicht mal gucken wie ich den kanal irgendwie also wie ich den umgestaltet und ja ich weiß ja selber noch nicht so genau wie ich das mache aber irgendwie mache ich schon und lasst euch einfach überraschen schreibt mir gerne eure meinen die kommentare es wäre mir sehr wichtig ansonsten würde sagen haut rein bis zum nächsten mal und dass dem video ein like tschüss bis zum nächsten mal